Das iMOOX-Logo, ein Smiley mit Brille, farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Einbrennung einer Interviewsituation in einem Besprechungsraum, ein Tisch im Vordergrund. Walter Nagler spricht mit Rechtsanwalt Michael Lanzinger. Ja, Mag. Lanzinger, was versteht man unter OER und welche freien Lizenzierungsmöglichkeiten gibt es? Grundsätzlich muss man nochmal sagen, dass sehr stark oft angenommen wird, dass OER bereits eine freie Lizenzierungsform ist, was so leider nicht stimmt, sondern es ist eigentlich ein Name für das Gesamtprojekt gewissermaßen, eben Open Educational Resources, also die Möglichkeit, freie oder unter freien Lizenzen stehende Materialien, Content, Dokumente zu erhalten. Und das wird eben erreicht, wie Sie schon gefragt haben, durch freie Lizenzen. Wobei die bekannteste freie Lizenz ist derzeit CC, also Creative Commons. Creative Commons, wie der Name auch hier sagt, angloamerikanisch, kommt eigentlich aus dem amerikanischen Bereich, aus dem angloamerikanischen Rechtsraum, was zumindest für uns Juristen auch eine gewisse Herausforderung sozusagen war. Generell muss man dazu sagen, das Hauptproblem, was Open Educational Resources bzw. Creative Commons als freie Lizenz angehen wollte, angehen möchte, sind diese klassischen Probleme des Urheberrechtes. Wir haben eine sehr starke Beziehung von einerseits Werk zum Werk Urheber. Dann haben wir weiters eigentlich, dass das Urheberrecht nicht gerne unter Anführungszeichen sieht, dass man etwas bearbeitet und dann weitergibt. Dann haben wir eine teilweise sehr enge Möglichkeit der sogenannten freien Werknutzung und wir haben die Möglichkeit, Lizenzverträge einzugehen. Und genau dort setzen Creative Commons an. Denn Creative Commons ist jetzt keine eigene freie Werknutzung, sondern es ist nichts anderes wie eine standardisierte Form eines Lizenzvertrages, Lizenzvertrages, also ein Werknutzungsvertrag. Das bedeutet, dass ich auch Werke, die unter OER, also OER sind, die unter Creative Commons stehen, trotzdem im Rahmen des nationalen Rechtes ganz normal weiter lizenzieren kann, also wie ich einen normalen kostenpflichtigen Lizenzvertrag abschließen kann. Ich kann das Ganze auch im Rahmen der freien Werknutzung benutzen. Also ich kann auch ein Werk, das unter CC steht, auch ganz normal zitieren. Das ist alles kein Problem. Aber zusätzlich haben wir eben diese standardisierten Creative Commons Lizenzverträge. Da gibt es insgesamt sechs Standardlizenzen, die so modular aufgebaut sind. Und es gibt sozusagen auch eine inoffizielle siebte, das ist die CC Zero. CC Zero ist im Prinzip nichts anderes wie OpenSS. Problem ist nur, dass OpenSS bei uns in Österreich im Recht, also diese vollkommene Aufgabe des Urheberrechts, eigentlich nicht vorgesehen ist. Denn das Einzige, was sich im Urheberrecht wirklich aufgeben kann, zum Beispiel durch Rechtsgeschäft, also übertragen, sind die Werknutzungsrechte, also die Verwertungsrechte. Das bedeutet, wenn wir in der Praxis davon sprechen, es hat jemand die Urheberrechte an etwas, hat er eigentlich nur die Verwertungsrechte. Das Urheberrecht selbst, also derjenige zu sein, der das Werk geschaffen hat, das verbleibt eigentlich beim Urheber und wird auch nicht übertragen. Und genau das würde eigentlich die CC Zero tun. Soweit ich informiert bin, gibt es jetzt schon Studien, die sagen, naja, CC Zero ist in Österreich ebenfalls anwendbar, aber grundsätzlich ist meine Empfehlung immer, sich an die klassischen sechs Lizenzen zu halten, die es für CC gibt, für Creative Commons, wobei sozusagen ganz groß drüber, das wichtigste Modul ist in Wirklichkeit das CC Buy, also die Namensnennung. Es gibt dann noch die Möglichkeiten, dass man sagt, ich lasse keine Bearbeitung zu, wenn eine Bearbeitung dann nur bitte unter der gleichen Lizenz weiter lizenzieren, beziehungsweise nur nicht kommerziell weiter lizenzieren. Der Vorteil ist das, dass ich eben insbesondere mit nicht kommerziell, wenn ich in der freien Werknutzung bin, bis aufs Zitatrecht, kann ich alles immer nur nicht kommerziell machen. Das heißt, ich habe hier diese Schulbuchausnahme, eine Schulbucheinschränkung und ich kann freie Werknutzung an sich nur nicht kommerziell betreiben. Creative Commons hat hier mit dieser Standardlizenzierung den Vorteil, dass es theoretisch auch möglich ist, wenn es nicht von der Lizenz anders vorgesehen ist, dass man das auch kommerziell nützt. Und der nächste Vorteil von Creative Commons ist das, was das Drei-Schichten-Modell genannt wird. Wir haben einerseits eine Kurzbezeichnung, zum Beispiel CC Buy, es wäre die offenste der sechs Lizenzen, wo es darum geht, Weiterverarbeitung, kommerzielle Nutzung, Abänderung, aber unter Namensnennung, also unter Angabe der Quelle. Und da ist, wie gesagt, der Vorteil, dass wir noch relativ frei sind. Das wird dann immer enger, mehr oder weniger, mit den verschiedenen Modulen, aber ich kann hier wirklich noch relativ frei auch entsprechend agieren. Also die Empfehlung lautet an sich, immer CC Buy zu verwenden. Das auf jeden Fall. Es wird heutzutage bei sehr vielen Calls für Konferenzen oder auch sonst immer mehr auch verlangt, wo man sagt, okay, bitte, wenn Sie uns Content liefern möchten, dann bitte so unter eine Lizenz stehen, dass wir das Ganze auch weiterverwenden können, dass wir es wirklich der Öffentlichkeit im Sinne von Open Education Resources zur Verfügung stellen können. Das Problem ist nur, bei Creative Commons haben wir drei Probleme sozusagen. Problem Nummer eins ist, dass es letztlich nur ein Lizenzvertrag ist, also nicht ein Gesetz, also nicht die gleiche Kraft hat wie ein Gesetz. Das Zweite ist, dass es nicht auf alles anwendbar ist. Also Creative Commons sagt selbst, eigentlich sind wir nicht für Software geschaffen. Da brauchen wir dann bitte eine andere Lizenz, zum Beispiel die General Public License, die GNU. Und das Dritte ist, dass die Zitierungsvorschriften, also die Zitatvorschriften, die schon bei Sissi bei anfangen, meines Erachtens sehr extensiv sind und die meisten Leute da eigentlich das Problem haben. Und das Interessante ist das, dass wir schon Prozesse haben, nicht bei uns, sondern in Deutschland, wo so Urheberrechtsverletzungen an Werken, die unter Creative Commons Lizenzen stehen, vorgeworfen werden, weil die nicht richtig zitiert wurden. Und das ist leider ein Problem. Da muss ich sagen, hätte ich mir auch eine einfachere Lösung gewünscht. Also die Lösung, die angestrebt wurde, die ist gut, weil sie die Rechte wunderbar wiedergibt, ein Zitat, aber für die breite Öffentlichkeit wäre es besser gewesen, hier auch nämlich von Creative Commons selbst einen sehr eindeutigen Zitiervorschlag zu bringen, der meines Erachtens in dieser Form noch nicht erfolgt ist. Also das ist wirklich, sage ich mal, der große Pferdefuß am sonst sehr guten und sehr innovativen Konzept von Creative Commons. Das muss man sagen. Vielleicht kommt das ja noch in der Zukunft. Wollen wir es hoffen, ja. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020